Guck mal, hier gibt es eine Insta-Challenge. 24 Stunden Zeit für eine wissenschaftlich fundierte Instagram-Story zum Thema Ansteckend. Tja, schön blöd, dass du nicht Medizin studiert hast. Ansteckend hat auch nicht nur was mit Medizin zu tun. Wir können uns den Begriff hermeneutisch lehren. Also, das bedeutet... Langweilig. Mach mal schneller. Also eine dialektische Bewegung zur Begriffsfindung, damit wir dann... Mit Foucault könnte man vielleicht den Ansteckungsprozess als eine Art Selbstschutzmaßnahme beschreiben. So, um die Autonomie nicht zu verlieren. Du verstehst? Um mich kurz zu fassen, der Ansteckungsbegriff ist auf jeden Fall stark differenzierungsfähig. Ist das wieder so ein Kuwi-Philo-Kunstscheiß? Ja, genau so ein Scheiß ist das. Und das ist übrigens auch Wissenschaft. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Ansteckungsbegriff kann auf jeden Fall positiv oder negativ ausgelegt werden. Irgendwo zwischen gesellschaftlicher Determination und Selbstbestimmung. Du weißt, einem wird ja ziemlich viel angesteckt. Ansteckend. Kausalität. Überstülpen. Uns wird Kultur übergestülpt, Moral, Werte. Alles wird uns angesteckt. Du weißt, was ich meine? Worauf willst du hinaus? Auf eine positive Form der Ansteckung. Mit Corona? Auf ästhetische Ansteckung. Aber da gibt es durchaus Parallelen. Denn auch die ästhetische Ansteckung vollzieht sich unbewusst, ungewollt und unbemerkt. Lass mich raten. Jetzt hältst du uns einen Vortrag über Ästhetik. Exakt. Aber dafür muss ich rumlaufen wie ein zerstreuter Professor. Ästhetik geht auf das griechische Wort Eistest zurück. Was so viel bedeutet wie sinnliche Wahrnehmung. Lange Rede, kurzer Sinn. Schiller, Kant, Herder, Adorno, Heidegger. Naja, eigentlich haben sich alle mit Ästhetik beschäftigt. Jetzt fragst du dich sicher, was das Ganze mit Ansteckung zu tun hat, oder? Ja, komm, hau raus. Hinter ästhetischer Ansteckung versteht man eigentlich, dass Mensch von einem Kunstwerk angesteckt, begeistert, berührt oder auch befremdet wird. Wobei man ja heute davon ausgeht, dass diese ästhetische Erfahrungen, Achtung, Schlüsselwort mitschreiben, sich nicht nur auf Kunstwerke, sondern auf die sinnliche Wahrnehmung allgemein bezieht. Die Kinderpistole, die du ja gestern gekauft hast, ist ästhetisch? Worauf ich hinaus will, Dinge können uns mit Staunen anstecken. Und Staunen ist ästhetische Hingabe. Nur wenn ich mir vorher drei Bierchen reingestellt habe. Staunen hat doch sogar einen Bildungswert. Und für Platon ist Staunen sogar der Anfang der Philosophie. Wobei, bei Platon geht es ja nicht nur um Dinge, sondern um Ideenpartikel oder sowas. Ey, aufwachen! Lange Rede, kurzer Sinn. Emotionen, Krankheiten, Ideen, Kultur, Gesetze, Moral, Werte. Alles ist ansteckend. Und deswegen würde ich für heute auch sagen, für heute, ich habe für mein ganzes Leben genug. Das Ansteckende ist ein zwischenmenschlicher Status Quo. Es gehört immer in unser Leben. Elementar.